Willkommen zur nächsten Folge von Bishop. Vielleicht auch schon zur letzten, ich weiß es nicht, was danach noch kommt. Wir müssen jetzt das Radargerät außer Gefecht setzen, damit wir, und wir sollen uns als Wächter übrigens verkleiden, deswegen das Ganze, das Radargerät außer Gefecht setzen und uns dann mit Jimmy treffen beim Rettungsboot, denn er macht das Boot startklar. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Radarraum? Erstmal natürlich auf Deck B gehen. Soweit, so gut. So. Heieiei, ich hab genug Geld auf jeden Fall, ja. Also ich hab jetzt über das, was er fordert, auch überall die erste Summe schon. Über der... Ich hab mehr als die erste Summe, die er genannt hat, so. Ich muss natürlich irgendwie auf Deck B kommen, genau. Ist natürlich wieder in dieser präsidialen Scheißgedöns hier. Hallo. Guten Tag, machst du mir nicht... Nee, machst du nicht. Boah, ist die Musik laut hier, alter. Dies ist eine Tür, ist mir schon klar. So, Deck B kommen wir doch hier am schnellsten. Und da müsste auch schon das Radargerät sein, oder der Radarraum. Ich weiß schon, wo das ist, glaube ich. Das ist ein Datt hier. Hallo. Alter, der will uns... Der will mich angreifen. What the fuck? Fuck. Okay. Und wie mach ich das? Ja. Achso, ich könnte natürlich mal so gucken, ob ich das... Aha. Gut. Das ging ja relativ einfach. Gut. Alter. Okay. Dann müssen wir den vielleicht auch nochmal wegbringen. Nein! Nein! Warum bin ich nicht einfach weggegangen? Warum bin ich nicht einfach weggegangen? Ach, komm, Mann! So, trinken. Und essen. Oh, war das ärgerlich. Also, zu Jimmy. Dann zum Radarraum. Und dann die Leute wieder ausschalten. Ja. Oh, Entschuldigung. So. Puh, also. Also, wenn du so nah am Ende bist, ne, von dem Spiel, dann willst du es auch endgültig mal schaffen. Aber wirklich schaffen. Also. Irgendwann ist auch mal genug. Oh. Nein, das Spiel ist wirklich... Oh. Ja, es ist cool. Es macht Spaß und alles. Aber. Es ist nicht gerade einfach. Ich bin auf der falschen Seite. Deck B. Genau. Deck B muss ich. Das hier einmal durch. Zack. Da. Jo. So. Na. Hier ist keiner. Gut. Achso. Ich sollte noch Bachmannuniform anziehen. Genau. Sonst könnte ja Verdacht geschöpft werden. Hallo. Jimmy. Okay. Okay. Es scheint funktioniert zu haben. Ich bin ein wenig paranoid gerade. Boah. Eben waren es so viele. Jetzt sind es nur noch zwei gewesen. Also eben waren es vier, glaube ich. Ach. Ich hätte auch da lang... Na, egal. Laufen halt hier lang. Ach. Äußeres Deck Deck B ist er. Scheiße. Quatsch. Der ist nicht mehr da. Haha. Gewohnheit. Scheiß Gewohnheit. Nein. Aber jetzt wüsst du, wo das äußere Deck Deck B ist. Ne. Da ist alles viel einfacher. Oh, die ist es nicht rennen können. Ich bin jetzt äußeres Deck Deck C. Dann müsste ich jetzt gleich äußeres Deck Deck B sein. Aber hier ist kein Jimmy. Vielleicht auf der anderen Seite. Dann müsste es ja auch noch ein äußeres Deck geben. Oder halt hier vorne. Äh, natürlich. Scheiß, Kerl. Äußeres Deck Deck B. Ich sehe, dass hier noch einer kommt von den... Oh, natürlich. Eieiei. Bug Deck. Dann ist hier wieder auch ein äußeres Deck, hoffe ich. Da ist er. Jimmy. Ich kann nicht mehr rennen. Jimmy, rette mich. Du bist doch Jimmy, oder? Ja. Echt jetzt? Würde mich freuen. Danke, Jimmy. Okay. Machen wir. Alles klar. Danke, Jimmy. Okay. Aha. Ein Helikopter. Wow. Hahaha. Precious. Precious. Mr. X. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir kommen alle miteinander. Nein. Hahaha. Jetzt geht das Ganze im Krankenhaus weiter. Cool wäre es, wenn es jetzt wirklich eine Fortversetzung gäbe im Krankenhaus. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Das war tatsächlich. Bishop komplett jetzt einmal durchgespielt. Hat länger gedauert, als ich das doch gedacht hatte. Ähm. Dann gehen wir jetzt mal zum Abschluss natürlich auch auf die Mitwirkenden. Die sollen ja auch geehrt werden. Die sieht man hier aber gar nicht. Doch. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Dasein, für das Zuschauen. Für die Treue, für die Interesse an diesem Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder bei anderen kleineren Projekten, Spielen, wie auch immer. Wird mich auch sehr über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben. Über alles andere. Das war Bishop mit mir, mit Teddygun. Ich sag nochmal Ahoi. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Dann schließen wir das auch nochmal hier. Guck mal, was haben wir denn Maschinenraum so schönes? Ach, das ist... Ah, okay. Ja, klar. Die Einstellungen. Also, bis dann. Ich geh aufs Schiff verlassen und das solltet ihr auch. Verlasst das Schiff, bevor es explodiert. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nochmal euer Teddygun.